Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Aus dem Hause Essex zeige ich euch jetzt den neuen Gale Nusa Tree 7. Der Name Nusa steht in Australien für die größte Triathlon-Veranstaltung des Jahres. Aber nicht nur der Name, sondern auch das trendige Aussehen machen viel Lust auf die Kombination von Schwimmen, Radfahren und Laufen. Essex hat den Nusa noch einmal weiterentwickelt und ihn mit einer extrem luftdurchlässigen Open Mesh Konstruktion ausgestattet, was natürlich gerade bei warmen Temperaturen sehr angenehm ist. Dank des weichen Innenmaterials kann man den Schuh auch ganz bequem barfuß laufen und damit ist man natürlich auch in der Wechselzone im Vorteil. Aber nicht nur im Triathlon hat der Nusa Tree seine große Fangemeinde, sondern er begeistert auch die klassische Läufer-Szene mit seiner Dynamik und mit seiner Leichtigkeit. Das Duomax Stützelement auf der Innenseite ermöglicht optimale Pronationskontrolle auch bei längeren Laufeinheiten. In die flache Zwischensohle eingebettet ist die bewährte Essex Gel-Dämpfung. Die abriebfeste Außensohle gibt gerade auf harten Untergründen genau den richtigen Grip, um auch mal die Bestzeit zu knacken. Ja, der Essex Gel Nusa Tree 7 ist ein Schuh für alle Triathleten und für Läufer, die einen leichten und gestützten Schuh suchen für ihre schnellen Einheiten oder für den Wettkampf. Und wer ihn mal anprobieren möchte, der geht in eine unserer Runners Point Filialen oder bestellt den Nusa gleich hier im Shop unter www.runnerspoint.com.